Geht doch. Schieben. Habt ihr verdient. Er hat meine Pappfigürchen angegriffen. Sollte man nie mit meinen Pappfigürchen machen. Na, ich trau dir nicht. Okay, jetzt weiß ich, wie es geht. Also, runter. Und zur Seite. Und zur Seite, Entschuldigung. Und ich hab's geschafft. Oh. Vielleicht auch nicht ganz. So. Hopp, hopp. 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 So. Was mach ich jetzt damit? Geh ich jetzt zu der Seite oder zur anderen? Ich geh zu der. Ja, super. Was mach ich jetzt hier? Okay. Du dum. I became a butterfly. Okay. ich habe ja auch nichts mehr schießen nur was zu klein werden gut und natürlich zum runterfallen ich liebe das spiel so langsam richtig schieß und hopp 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 und klein wieso man muss jetzt da oben drüber laufen ja hätte ich das gewusst so okay da kann man auch nicht drüber laufen das bedeutet ich muss ganz nach oben weil doch einfach irgendwo hin wo ich dich auch wieder raus holen kann und du sollst natürlich auch nicht sterben dämliche pappfigur tut mir leid aber das ist doch zu zum 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 clowns kaligrafieren wisst ihr was ich mache jetzt hier mal einen kurzen cut bis gleich so wir sind wieder da ich habe alles geschafft und wir sind zum verlassen da jetzt werde ich allerdings mal kurz die aufnahme unterbrechen um zu gucken ob das aufnahmeprogramm jetzt auch wirklich gestartet hat bis gleich bis gleich und willkommen zurück zu Alice Madness Returns Alice Madness Returns mit diesem wunderschönen Bild wo wir letztes mal raus gekommen sind und scheinbar haben wir jetzt die nächste Etappe zum Berg bekommen die eine die blaue sind wir schon gelaufen die rote laufen wir jetzt scheinbar ich weiß es nicht auf jeden Fall macht es spaß bis auf diesen aua hallo das ist voll die beiden von mir auch ha komm hallo das war die falsche taste und ach das war die falsche Na komm Ups Der hat weh getan Ups Na Aua Oh Ey Uah Wut aus Hallo Wenn dann auch richtig, ja Ich meine Bin ich die blutrote Alistern Jo Nichts mehr da Weiter geht's Zum Ha Da war doch was Ich hab's doch gesehen Ja ich bin so ein typischer Sammler Deshalb Werde ich das spielen Wahrscheinlich Oh Scheiße So Nein Ich bin mal wieder zu schlecht um irgendwas zu machen Muss in meiner Natur liegen So Komm Ja Oh Wir haben wieder ein schönes Puzzle Und wieder windet sich der Schattendrache Den Pfad entlang Folge dem Drachen Alice Ah Ich verstehe wie der Hase läuft Wirklich ganz logisch Zumindest jetzt Gut Da muss ich hoch Da muss ich rein Auf Nein Lass mich in Ruhe Naja Ich fürchte Da muss die T-Konne rein Nein Okay Komisch Wie geht das Ding denn weg Ja okay T-Konne Achso Jetzt kann ich den natürlich zerschlagen Ich musste vorher erst alle Raupen töten Hier Dann hätte ich das ja auch wissen können Fliegt meine liebe Alice Oh Die haben hier Eine Insektenkönigin verehrt Hallo liebste Königin So Noch mal bitte Ach die bleiben dann Ja super Ja super Hättet ihr mir auch schon früher sagen können Was haben wir denn hier drinnen Nichts Hier bin ich wahrscheinlich hergekommen Da ging es hoch Ja genau Gut Die Höhle habe ich gemacht Es fehlt noch die Reihe Und mir fehlen noch zwei weitere Steine Gut Die kriege ich wohl auch noch hin Wenn es so doof Kann man ja eigentlich nicht sein Hoffe ich zumindest Oh Eine Flasche Juhu Wer braucht die schon Aber ich sammle sie trotzdem Warum weiß ich nicht Ich mach's halt gerne Hier ist nichts Also nach oben Soll ich jetzt zu dir runterkommen Königin Wahrscheinlich Aber was soll ich hier unten Oder was soll ich generell hier Aha Zack So Wieso verehren die Oder Ne die verehren die nicht Doch Oder Ich weiß jetzt nicht genau Ob die die feiern oder nicht Bin mir jetzt noch nicht mal sicher Ob die die feiern Aber wieso Bauen sie dann Statuen So Da sind wir auch fertig Jetzt kommt das Letzte